Hey Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück, hier, ich muss jetzt schon lachen, bei... Ah, Path of Ex... Ex-Endgeil. Ex-Endgeil. So, wir sind hier in... Ach, komm, hör auf. Wir sind hier in Löwenaugeswacht. Wollen aber hier gar nicht bleiben. Sondern... Wie sind wir denn hier hergekommen? Sind wir mit einem Wegpunkt hergekommen? Sind wir mit einem Wegpunkt hergekommen? Wir haben noch eine Portalrolle genommen. Sag mal, bin ich bescheuert? Wir haben noch eine Portalrolle genommen, oder? Die ist weg, Mann. Die ist weg, die hat uns voll verarscht. Ah, scheiße. Müssen wir noch mal vom Schiffsfriedhof dahin? Ich meine, es ist halb so wild. Solange wir das auch finden. Da ist zumindest irgendwas. Da ist es doch... Das ist ja krass, Alter. Da haben sie uns einfach den Zugang weggelegt. Oh. Das ist doch so ein Teil, was wir schon haben, ne? Ja, ist tatsächlich eins. Surrendes, abgenutztes Florett. Macht 12 bis 22 Schaden, hat aber 2 bis 28 Blitzschaden drin. Zusätzlich. Einen einzigen negativen Punkt sehe ich tatsächlich darin, dass wir da nicht einen zweiten roten drauf haben, bei einem von den beiden. Aber ich sag mal so, den Lavaschlag, den nutzen wir sowieso kaum noch. Ja, dann machen wir es so. Das ist ja geil, Alter. Path of End Seil. Ja, momentan schon. Und ich sehe, da geht es schon wieder los. Das, das. Unsere Skills ordnen. Tja, jetzt sollten sie sich überlegen, ob sie sich mit uns anlegen wollen. Alter, jetzt machen wir nämlich richtig Schaden. Endgeil Schaden. Das einzige, was uns jetzt noch so ein bisschen zu unserem Glück fehlt, ist Mana und Live Leech. Live Leech gar nicht mal so doll momentan. Momentan zumindest. Aber Mana Leech hätte ich schon ein bisschen. Und damit wir auch immer schön unsere, unsere Fähigkeit ausführen können. Doppelschlag. Wer ist er denn? Wer war er denn? Ich trau mich fast gar nicht, hier nochmal eine Portalrolle zu nutzen. Hm? Ich glaube in Trevelling Light. Ich glaube das war, weil wir zu lange eine Pause gemacht haben, obwohl eigentlich kann es das nicht sein, so lange Pause haben wir nicht gemacht. Hm. Beunruhigt mich, um ehrlich zu sein. Der Schiffsfriedhof, ist das ein anderer Ausgang? Oder ist das dann so ein Special Ausgang? Wie man es auch in Skyrim immer hat. Erst kämpft man sich durch die ganze Höhle und kaum kommst du am Ende an, findest du auf einmal so einen kleinen Minifad, der einfach direkt an den Eingang wieder führt. Okay, da haben wir die Allschlamme. Ist der freie Tag nicht ganz so frei wie gedacht, weil ich aufnehmen muss? Deshalb so wild. Da war ich grad abgelenkt, was geht denn hier schon wieder ab? Hey Leute. Wir müssen trotzdem nochmal zurück, das geht ja gar nicht klar. Ist grad ein Mädchen im Schlaf getötet? Die war schon tot. Sagt auch jeder Verbrecher, oder? Die war schon tot, man. Ich würde gerne diesen Schaller hier identifizieren. Aber wir haben keine Identifikationsrollen. Und so bekommen wir auch keine. Die sah lebendig aus. Das packen wir jetzt erstmal da rein, weil ich das gerne identifizieren wollen würde. Aber wir momentan keine Idefix haben. Das heißt, wir müssen mal... Ach du Scheiße. Ja, ein bisschen was zu erzählen. Marseus' Löwenauge. Marseus' Löwenauge. Marseus' Löwenauge. Marseus' Löwenauge. Marseus' Löwenauge. Und auch über Mervel weiß er was? Er ist klar, dass er über die Mermaids über die Meerjungfrauen auch Bescheid weiß. Ich meine, er war ja selber mal Captain. Und ihr kennt wahrscheinlich auch den Captain Fairgraves. Alles klar, Captain Fairgraves ist also tot. Okay, das ist ja beruhigend, Alter. Ja, wie gesagt, wir brauchen unbedingt ein paar normale Gegenstände. Müssen wir hier irgendwann mal vor den Toren fahren. Ganz in Ruhe. Angeklagter, hat der Tresor nun offen gestanden oder war geschlossen? Offen gestanden, geschlossen, Herr Richter. Alles klar. So, das heißt, wir müssen jetzt erst mal wieder den Captain finden. Und auf dem Weg finden wir noch ein Tresor. Auch ganz geil. Kann man sich nicht beschweren. Lava-Schilde hochwertig? Moment. Gibt's die ganzen Gem auch noch in hochwertig? Sonst sind wir mal am Arsch. Ey, Leute. Das ist zu viel Loot. Das Schlimme ist, dass wir jetzt am Anfang die ganzen Scheiß auch noch brauchen. Weißt du, wie ich mein? Später kann uns das alles scheißegal sein. Dann lassen wir den Mist einfach liegen. 90, 90. Ne, Lava-Schilde. Doch, Qualität plus 13% steht da. In der Mitte. Das ist krass. Okay. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben ein paar Idefix. Deutlich mehr Rüstung. Plus eins zur Stufe. Eingefasste Kreatur-Gem. Regeneriert Leben pro Sekunde. Oh, shit. Oh. Alter. Drei Sockel. Alle verlinkt. Wenn der jetzt hier nicht blau wäre, sondern grün, das wäre richtig fett. Aber wir haben leider keine Färbeteile. Oh, schade. Dann könnten wir, wenn hier ein grüner wäre und zwei rote, könnten wir da Doppelschlag reinmachen. Nahkampf, Streuschaden. Und dann entweder Unbarmherzigkeit oder Unbarmherzigkeit. Oder, ne, Chance auf Bluten würde ich dann da reinmachen. Ach, Mann. So, Brustplatte. Hat einfach nur 79 Rüstungen. Aber auch zwei rote und dann auch ein roter, der nicht verbunden ist. Achso, und das Power-Amulett wollte ich auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht lange überlegen. Wir haben zur Zeit ein Yada-Amulett. Wir haben hier erhöhte Mana-Regenerationsrate. 28 zum maximalen Leben. 2% erhöhte Rüstung. 12 zu Stärke erhaltet. Plus 1 Mana bei Tötung. Also Mana-Leech. Im weitesten Sinne. Mana-Kill-Leech. Bei uns hier haben wir natürlich noch 17 zu Stärke drin. Die Frage ist, ob wir das brauchen, wirklich. So. Die ganze Scheit, äh, ganze Scheit. Die ganze Zeit Schiss, dass unser Portal wieder weggeht. Das wird aber nicht passieren. So, und jetzt nehmen wir mal einen Haufen so ein Zeug mit, damit wir... ein paar Ide-Fixe bekommen. Größeres Mana-Flächen. 140, 110, 90. Okay, das ist geil. Das ist geil. Das gefällt mir. So, ja. Tut mir natürlich leid, dass wir jetzt ein paar Mal hin und her müssen. Aber das muss jetzt einfach mal erledigt werden. Seid ihr noch wach? Seid ihr noch fit? still alive, are we? Oh, shit. Wir können unsere Waffen nicht nutzen. Weil uns Geschick fehlt. Oh, holy shit. Wie ist denn das passiert? Wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert? Vor allen Dingen, durch, durch was ist das passiert? 47 geschickt? das lief jetzt unerwartet das lief sehr unerwartet überlegt mal drei so eine teile eingepackt und schon bist am arsch so aber nachdem wir die jetzt abgeliefert haben holen wir uns noch eine portal rolle aus unserer bank und dann können wir auch schon weitermachen ich wollte es genau andersrum machen wir es so was für eine kacke das kam jetzt deutlich unerwartet muss ich ganz ehrlich sagen da habe ich nicht darauf geachtet aber bloß von glück sagen dass wir irgendwie noch zwei waffen im inventar hatten gut die machen jetzt natürlich nicht so schaden bei weitem nicht so schaden machen doch schon ziemlich schaden aber nicht so schaden wie das was wir davor hatten ok da ist die kaverne fragt sich halt wo der captain ist ob der wieder an derselben stelle ist was ist das was ist das sag mal die verarschen mich doch jetzt hier oder jetzt ist olle hakuna matata ist auch noch hier hier gibt es eine essenz und nicht nur irgendeine essenz sondern hier ist eine essenz alter die von so einem tier bewacht wird dass wir auch noch fangen können so 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 da ist jetzt die frage eigentlich müssten wir jetzt alle hq auch helfen aber ich will jetzt erstmal bei fargraves die altflamme abgeben wird gern wissen was wir abgelegt haben wo mit 43 haben wir 47 brauchen war das heißt irgendwo war irgendwas mit mit 4 geschick drinnen mein all flame my blessed damn ned all flame oh you want your moment the firelight now do you unfortunately necessity is what it is and for the all flame to give life it must first be kindled with life and since suitable kindling is in short supply around these parts i have little option but to make do with what i have namely you please understand alles klar dass die altflamme funktioniert muss sie mit leben gefüllt werden wir sind das eigentlich lebende hier aber mit uns ist nicht gut kirchen essen das ist ein bisschen ordnen hier passt nämlich das glaube ich auch noch da rein gut haben wir den typen erledigt reist nach löwenauges wacht dann machen wir uns das direkt boah aber ist krass ne dadurch dass das dann hier immer rerollt wird wenn du dann wieder so viel stuff zu tun hast macht einen irre volle bestel hat was für uns aber erstmal sollten wir verkaufen willkommen da haben wir zum beispiel so ein färbeteil aber wir haben ja auch nicht mehr die waffen ausgerüstet fairgraves was a good man fine explorer he opened the door to many a new world for better or for worse usually for worse when it came to the natives there's some peace in the knowledge that he now rests where he should was not speak of fairgraves again shall we he was an inspiration to many to be ashamed to spoil a good hero wer hat da einen passiven fertigkeitspunkt nice richtig nice so 10 punkte auf geschick das passt ja sehr geil dann können wir nämlich unsere sachen hier wieder aus der kiste holen und uns überlegen ob wir die anziehen so sechs bis 26 das säbel ist natürlich auch nicht schlecht hier säbel des ringers 13 bis 24 macht das florett aber das säbel des ringers schlägt ein bisschen schneller zu gut hat ein prozent weniger treffer äh äh kritische treffer chance erhöhte treffgenauigkeit ist für uns später scheißegal 14 zu stärke und macht 9 bis 17 noch äh feuer element ich glaub das behalten wir ähm so jetzt lass aber mal gucken bärenfall zerfleischen angriff ich guck grad was wir äh wir könnten den lava schlag hier rein machen und da die chance auf blutung mit rein machen dann levelt die so ein bisschen ja ich glaub das ist eine ganz gute idee ah warte mal und dann hatten wir hier noch was zu identifizieren da geht es aber nur darum dass wir das gewinnbringend verkaufen können das können wir sobald wir das auch aus der truhe nehmen professionell man goodbye und noch eine ide fix sehr nice so weit zu gut so da hatten wir jetzt noch hakuna matata hier unten stehen ist ganz gut wenn wir hier ein paar ne und man sieht wie hier blitzt jetzt auf die ganzen leute geht ne dadurch dass wir hier öfters im gebiet ein zweites mal durchlaufen sammeln wir natürlich auch wieder ein paar gegenstände können wieder ein paar portal rollen sammeln und 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 bekommen natürlich auch die wichtigen wichtigen erfahrungspunkte und wenn hier eure hakuna matata dann auch noch auftaucht umso besser und so sage ich denn umso besser wohl an machen wir gibt nämlich nach oben erfahrungspunkte und meistens ganz geilen stuff wir bei die berlin und wird die 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 Müssen wir bloß gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Ich finde es interessant. Es sieht so aus, als ob wir gar keinen Feuerschaden machen. Das ist ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob es nur so aussieht, ob nur ein Effekt immer angezeigt wird. Obwohl... Ne, das ist Blutung, ne? Ich bin mir nicht sicher. Und da haben wir schon die Seele. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das... ein bisschen komisch findet. Den Spitzhelm will ich noch. Blutung 38, der könnte ganz gut sein. Panzerweste... Ne, ansonsten nichts interessantes. Und wieder so eine Wiederbelebungsseele. Ich meine, naja, gut, damit kennen wir uns aus. Was? No. So. So. Und für uns müsste es dann jetzt eigentlich direkt ins nächste Gebiet gehen. Eigentlich müsste der doch ordentlich reinhauen. Ich bin mir unsicher. Weil wir machen gar nicht wenig Schaden. Oh, und wir sind... Guck mal, ich habe mich gar nicht mitbekommen. Wir gehen... Rasereiladung. Da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Das habe ich mir schon angeguckt, so ein bisschen. Aber erstmal will ich hier hin. Rüstung und Ausweichen. 12% erhöhter Ausweichwert und Rüstung plus 3 zu allen Elementarwiderständen. Und zwar, weil ich hier zu Tuch und Kette will. 24% erhöhter Ausweichwert und Rüstung. 12% zu allen Elementarwiderständen. Dabei geht es uns vor allen Dingen halt um Rüstung und die Elementarwiderstände. Später habe ich auch schon überlegt, ob wir hier den Wald packt. Lebensraub pro Sekunde und maximale Lebensraubrate sind verdoppelt. Wir werden hier runter gehen. Soweit habe ich mir das überlegt. Und dieses Teil hier mitnehmen. Das will ich noch nicht spoilern, was es ist. Und dann hier ein paar Sachen. Und da nehme ich Live Leech und so eine Dinge. Äh, zack, da waren wir. Das Inventar ist etwas bescheiden. Wäre schön, wenn man die Sachen auch quer im Inventar hätte. Das wäre einfach schön, wenn das alles eins kleiner wäre. Ich kann mich daran erinnern, dass das bei Diablo 3 auch am Anfang alles riesig war. Und die das dann verkleinert hatten. Oder ich irr mich das da jetzt. Aber da hast du deutlich mehr Platz. Weil die Gegenstände tatsächlich einfach im Inventar kleiner sind. So. Der Vollständigkeit halber gehen wir da nochmal runter und hauen da nochmal alles weg. Kann ja sein, dass da noch eine Idefix-Rolle droppt oder so. Aber ist nicht. Gut. Wenn wir im nächsten Gebiet sind, können wir auch mit dem Wegpunkt, der da ja sein muss. Mit dem können wir nochmal zurück. Und den ganzen Scheiß verkaufen. Ich habe mein Herz verschenkt für eine Lüge. Ich habe meine Liebe gegeben für nichts. Oder so ähnlich. Okay. Alles cool, Mann. Peace. Liebe ist eh scheiße. So. Wir haben übrigens ein extrem krass hohes Energieschild mit drei Punkten, Alter. So, Schnürwams. Ausweichwert 98. 12% zum maximalen Leben. Revaloriert. 1,4 Leben pro Sekunde. 12% zu Feuerwiderstand. 11% zu Kältewiderstand. Schon nicht schlecht. Den Spitzhellen wollten wir uns angucken. Schade. Ich dachte, da geht die Rüstung noch höher. Nee, da bleiben wir bei unserem. Still alive, are we? Farewell. Du auch. So. So. Wir nehmen mal noch eine Portalrolle mit. Habe immer ganz gerne mindestens zwei dabei. Hm. Ich meine, das Arsfresser Totem können wir eigentlich rausmachen. Das nutze ich gar nicht. Genauso wie den Beschützer. Das ist eine nette Spielerei. Warte mal, die Totems mache ich hier unten hin. Das ist eine nette Spielerei, aber ich nutze das halt einfach nicht. Der Lavaschlag. Der Doppelschlag. Und der Schlachtruf. Siehst du mal, den Schlachtruf. Den könnt ihr auch mal öfter nutzen. So. Mal Unterstützungsteile machen wir da hin. Hier kommen Fallen hin. Das ist ein Totem. Das Lavaschild ist vielleicht eine Option. Das können wir uns mal angucken. Das können wir uns mal angucken. So. Achso, wir sind dann mit dem Wegpunkt zurückgekommen. Nice. Nur so ein bisschen was auf Rüstung kann nicht schaden. Matrosenhaut. Geil. Okay, das ist schon irgendwie spooky. Bastard-Schwert. Okay, die kennen wir aber schon. Das war jetzt locker for free hier, Alter. Das war jetzt locker for free hier, Alter. Scheiße. Nein. Okay, müssen wir einen anderen mal fangen. Ich habe keine Netze mehr gehabt. Zweig-Gleitschild. Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch haben. So 20 Minuten oder so. Okay, die können uns verwundbar machen. workspace. Du hast mich nicht subsequent Heitungen. Beks Ste import vor. So weit läuft es doch. Färbungssphären. Es kann doch nicht sein, dass wir immer voll sind, egal was wir machen. Wir sind halt, das ist das Ding, wir sind halt noch in einem Gebiet, wo man auch alles oder so ziemlich alles mitnehmen muss, weißt du, weil du nie weißt, ist das jetzt deutlich besser als das, was wir haben und, und, und. Aber das macht ja auch den Reiz so eines Spiels aus. Massive Loot. Muss man bloß mal gucken, was man dann mitnimmt. Schaden machen wir auf jeden Fall. Noch. Wir müssen halt gucken, dass wir das weiter boosten alles. Momentan kann ich mich da wirklich nicht beschweren. Also beschweren kann ich mich da normalerweise nicht. Der macht Schaden. Puh. Da habe ich jetzt mal dezent drauf geschissen, den zu fangen. Mir ist so kalt, ich bin so allein, umarmt mich. Fass dich nicht an, Mann. Deine Mama hat mich immer vor Mädels wie dir gewarnt. Das ist der Ruf der Sirene. Greetings. Ausweichwert 130. Alter Verwalter. Also das ist schon mal ne Angabe, Leute. Murmelnde Essenz der Gier. Verbessert einen normalen Gegenstand zu einem seltenen Gegenstand mit einer garantierten Eigenschaft. Werte sind beschränkt auf Stufe 45 und darunter. Lebensraub. Also Live Leech. Sehr nice. Die Kaverne der Wut. Na gut. Okay, cool. Ich warte auf seine Rückkehr. Der Rest so natürlich. Ich warte. Ein gutes Eheweib. Mal gut, wenn sie es sagt. Ich will ihr nicht widersprechen. Nein. Aber ich glaube, hier kommt der nächste Bossfight. Das ist alles ziemlich leer hier. Unser Auftrag ist auch die ganze Zeit. Tötet Mervel. Das ist Ambrosia. Ambrosia war ja auch eine von denen. Wir müssen mal gucken, dass wir bei einer... Wir haben zwar jetzt keine Idefix-Rollen. Wolltest du nicht eine Fassung färben oder ist das kein Färbestein gewesen? Wow. Entweder du hängst locker eine halbe Stunde zurück. Oder ich weiß nicht, was du gerade meinst. Oder kommst du aus der Zukunft, Alter? Und wusstest, dass wir jetzt hier eine Färbungs-Sphäre bekommen? What the fuck? Wenn du aus der Zukunft kommst, Mann. Tu mir nix. Ich bin mal nicht letzter. Ja, Dark Angel. Da hat sich jemand abgelöst. Da hast du was zu fangen. The first ones look upon this capture with pride, Exile. You hunt well. Ich meine, bis jetzt haben wir alles gefangen, was wir fangen wollten. Na, hier geht's runter. Warte mal, hier sind Köchter Mervels irgendwie am Start. Scheiße. Haben wir. Ich meine, bis jetzt, äh, halte ich mich noch ganz gut mit Sachen fangen. Finde ich zumindest. Schrein der Beschleunigung. Ich glaube, damit können wir schneller laufen. Jo. Guck mal, hier ist überall Geld, Alter. Schauen wir mal, aber da oben ging's noch lang. Du hast eben so einen bunten Stein in die Truhe gepackt. Das wäre so ein Teil zum Fassung färben. Äh, nee, das war eine Essenz. Also, zumindest, wenn du das meinst, was ich denke, was du meinst. Die Idefix lasse ich nicht liegen. Dann können die sich auf den Kopf stellen. Gott sei Dank an diesem schönen Tag, Exile. Jetzt kommt er hier auch noch mit sein... Ich hab Gottes Wort gehört. Ich glaube, es ist nicht so gut, Exile. Ich bin so gut, Exile. Ich bin so gut, jetzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben die Hoffnung heute gemacht, Crusader. Und hier haben wir wieder einen rostigen Stachel. Müssen wir mal gucken, was dahinter steckt. Okay, ich dachte, da war gerade irgendwas, was wir noch nicht gefangen haben. Ich finde, wir machen uns ganz gut. Und dafür, dass wir absolut keine Ahnung haben, was wir hier tun, tun wir es ganz gut, finde ich. Aber das kann man natürlich immer behaupten, wenn man gerade irgendwie noch am Anfang ist. Also ziemlich am Anfang. Wir können das ganze Geld mitnehmen. Und hier ist Mervils Versteck. Ich versuche einfach draufzuhalten. Wenn es hart auf hart kommt, kommen wir härter. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass das Mana abläuft. Das war's für heute. Ich glaube, das Mana abläuft. Ich glaube, das ist... Der Postgerstachel, den nehmen wir mit. Schnitzmesser brauchen wir eigentlich nicht. Aber... Naja... Ich bin mir gedacht... Soweit ganz gut. 63 prozent erhöhter ausweichwert während flächenwirkung 150 leben hier können wir gegen das tauschen nice richtig nice die haben ausweichwert die aale ist eine klauenwaffe hab auch mal überlegt ob wir irgendwann mal so einen sohn falls wir bock haben so ein wolverine uns bauen alter oh holy fuck man duresso gave me the gem kissed me promised that he would be by my side forever i sang for him i sang for oriath with his gem at my throat khalisa's gem khalisa's voice i sang in her echo performing arias that had once made the empire weep i listened to khalisa's lullabies in my dreams i gave myself to her music mind and body duresso left me fasan with a promise to free me from khalisa i begged him not to go tried to show him the wonder of my transformation the beautiful daughters he would soon meet he couldn't see none of them could see i fled from their hatred when derisa returns i will cast his cure away i will teach him what true love is okay ich glaube wir kommen ins zweite kapitel ja der südwald akt 2 von teil 1 krass pass mal auf alter und jetzt geht der schwierigkeitsgrad pfff zumindest können wir immer wieder nach löwenauges wach zurück wir haben zwei rostige stachel krass der m3 higgyn find it possible all these souls merved in the brood of consume de the years we've done right by those that are dead by those who still might live gern geschehen So, warte mal, die Aale sollten wir, bevor wir sie verkaufen, auf jeden Fall aufdecken. Das Ding ist, ich glaube, für so eine Aale brauchen wir immer einen relativ hohen Intelligenzwert. Und das ist aber nicht mit in dem drinne, was ich mir so zusammengeschüttet hab. Die ganzen Leute hier wollen auch noch irgendwas von uns. Was aus uns geworden ist, wenn selbst Albträume vorhanden ist, vor uns Angst haben? Nichts Besonderes war doch immer so, dass uns Albträume fürchten. Tatsächlich, ja. Er sieht auch fett aus. Das ist hier dieser Schurke, den man sich erstellen kann. Wie gesagt, aber du kannst auch den Duelisten nehmen und ihn zum Schurken machen. Kommt immer drauf an, wie du das alles levelst. Und dir zusammenbaust. Ja, was machen wir jetzt hier mit den Sachen? 20 zu Geschick. Hm, müssen wir uns überlegen. Ich überlege nämlich gerade, ob wir einfach hier rausgehen, ins Anfangsgebiet, also ins erste Gebiet und da einfach so ein bisschen, ähm, ja, weiße Gegenstände farmen, damit wir uns ein paar Idefix-Rollen zusammen basteln können. Und du hast auch recht, was nutzt denn das ganze Geld oder das ganze Gold, wenn die Händler eh nur Idefixe akzeptieren? Äh, später müssen wir, glaube ich, sogar nicht nur mit Idefixen bezahlen, sondern auch mit den ganzen anderen Sachen, wie Portalrollen und so. Ja. Äh, ich glaube, wir sind am Ende dieser YouTube-Folge, also dieser Stunde Path of Endgeil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wenn es dir auch Spaß gemacht hat, denk dran, ich freue mich über jeden Like und Kommentar und vielleicht sehe ich dich ja mal hier drüben im Livestream auf www.twitch.tv slash semispielt. Hier ist einiges los im Chat, selbst wenn hier nur drei, vier Leute mal anwesend sind, die sind meistens echt aktiv im Chat, es macht richtig Spaß. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.